Weisst du, was ich bei diesen Bergsteigen nicht begreife? Die sind so langsam, aber ausrüstig wie für eine Mondlandung. Na komm wird's steil, brauchen sie ein Seil. Ich meine sogar unseren Andrea. Der Drehbeinige Andrea klettert noch besser als jeder von diesen Kletterern. Sogar der Humpel Andy. Warum macht man etwas, wenn man so kein Talent hat dafür? Du singst ja auch heimlich. Tue ich gar nicht. Klar tust. Nein. Grauslich. Hör auf. Wo wohl? Der Bündner Berg Sommer. Angebote für Kletterer, Wanderer, Walker, Biker, Baddler und Bahnfahrer auf grabünden.ch